so lass mal gucken ob ich hier irgendwas an den könig schade herausforderung das ist naja hat er wenigstens ein bisschen die ld genau das war ja nicht ganz umsonst ich schläpp mich mal zurück zum motorrad club ich bin gleich in der nähe ich kann dir mal weg umsetzen äh siehst du nicht das aus das orangefarbene ich kann es nicht schlecht auf die karte öffnen und so weiter weil du gerade fährst oder ich hab gerade ein paar erordnungsgüter am hintern da oben ist es immer gucke mal hier unten ich bin ja auch doof ja lass mich raus hier so anfordern so beugt nicht lange nach dem fahrzeug suchen so was denn da passiert oh danke für den fahrrad ich habe trude francs fahrrad also ein rennrad marco hat ein rennrad geklaut ne die eine frau hat mir gerade ähm 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 wie soll man sagen rustmilch angeboten mit der milch oh das ist aber nett mhm selbst gezapft oder das weiß ich nicht musst du noch mal fragen ich bin ja auch gleich da ich bin ja jetzt im club ja ich bin auch gleich da ich bin voll im club alter ich fahr auch hin ich fahr mal hier lang ich glaub das geht schneller ich glaub es sei denn nein es geht nicht schneller wenn ich sterbe und da rutscht noch mein motorrad den berg runter richtig und fertig es kommt mir entgegen das ist nett ja heute gibt es eine dauer sterbe folge irgendwie hier so so hyum consider etzen also see so Dann kicken wir mal, wo ist denn eigentlich mein anderes Motorrad? Wieso habe ich jetzt hier ein fremdes Motorrad drin? Äh, ist egal. Ach nee, wer dartet denn da? Ja, kannst du mal sehen. Nee, Steelwart. Äh, da. Was machst du hier? Nix, was dich angeht. Ja, wie, du wirst mir in den Kopf. Tisch, hast aber Schweine gehabt da. Siehst du mich eigentlich? Vor der Dartscheibe? Okay. Nö. Alter, haarscharf am Ohr vorbei. Ah, meine Nase. Gewonnen. So, nächste Runde. So. Ja, wir können hier noch den Kurierdienst machen, für Betäubungsmittel. Und, ähm, ja, die sorgfältigen Attentäter. Drogen und Flimpen, gell. Ja, was wollt ihr? Ein paar Leute mit der Axt killen oder die Lieferung? Ja, die Lieferung machen wir. Ja, gut. Hab ich angenommen, geht gleich los. So, halbe Stunde haben wir Zeit. Ja, warte. Ach, hinde, sonst mach ich dir Beine. Ach, komm, hol's mal. Niemals. Will einer mitfahren oder? Äh, ich hab mein Motorrad. Okay. Gehen nach Hause? Äh, ja, genau. Nee, zum Schritt. Äh, zum hin müssen. Ah. Nein, ich weiß gar nicht, ob wir, ähm, ja, warte mal. You're gonna collect this product for these people. The Aztecas got this stuff. Just pick it up and drop it off. Easy. Also, wir keiner, ja, gut. Ähm, warte mal. Naja, obwohl, mit dem Auto könnten wir eigentlich... Ich weiß halt nicht, ob wir uns da aufteilen müssen. Ach, komm, die Klasse, Motorrad einfach mal hier. Ich hab gegen mich selber gewonnen. Cool, war. Ja, wenigstens gegen einen, gegen den du gewinnst, war. Mhm. So. Komm, ich mal ins Auto gestolpert. Zum Anrufe immer, ey. Na ja, musst du ja wissen, was los ist, ne? Ähm, da. So. Du hast immer noch deinen Helm auf, ey. Dann sehen wir einen Tau. Ja, das muss so, wa? Das, das stylisch. Äh, toll. Ich kann mein Helm im Auto nicht ausziehen. Egal, also, wenn, äh, wenn, äh, wenn, wenn Philipp fährt, ist es ja nur extra Schutz. Bitte was? Nichts. Machst du ganz toll. Mhm. Siehst du, das meine ich... Äh, gleich könnte laufen, ja? Und daaaannn? Was willst du tun? Nöö, wieso? Ja, das war jetzt Werbung. Oder was heißt Werbung? Es war halt, äh, Namensnennung. Werbung wäre, wenn du dafür jetzt werben würdest. Dass du es selber regelmäßig benutzt. Und so. Was ist denn dein Sto überhaupt gewesen? Weiß ich gar nicht. War das nicht diese, diese, diese Scheidencreme? Für Scheidentrockenheit? Äh, nee, das war Wagisan. Ach so. Äh, äh, Sanusdol war da, glaube ich, irgendwas für den Hals. Watt denn? Es kann sein. Wissenpastillen oder so. Das kann natürlich auch sein. Hab jetzt nicht zugehört. Macht nichts. Macht nichts. War nicht so wichtig, das Thema. Jägen nur, um, um, Hechtig, äh, Schleichwerbung und Hechtig-Namensnennung und so weiter. Naja, Hechtig, ja. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ja, ja. Ja. Ist ein Schottplatz oder so? Ja, ja, ja. Ja, du, fahr doch mal. Gut, dass ich ein Hemm auf habe. Nein, kaputt, Junge. Oh, ja. Ja, mit zuführen? Kann ich machen. Aber ein paar Minuten Zeit haben wir ja. Naja, er wartet, bis du aussteigst. So. Wie er eiskalt weiterfährt, weißt du? Na, hallo, wir haben Zeitplan zu erfüllen. Ja, eine halbe Stunde haben wir. Naja, so, äh, ja, schaffen wir es vielleicht nicht in halben Stunden. Na, ich wollte spontan stoppen. Also, ja, klar. Anker werfen war nicht drin. Ich hab jetzt ne Corvette. Oh, wenn ist uns etwas. So will ich anstecken. Ich glaube nicht. Marco, du kannst ja auch ein Liniebus nehmen. Ja, ja, das mache ich. Das Schlimme ist, das macht er wirklich. Das ist so weit, ist schon. Oh, so weit ist es noch weg, ey. Jetzt ist er. Na, ist noch ein kurzes Stück. Marco überholt uns gleich. Ähm, okay, bei mir. Freeze ist gerade all. Da, was denn hier los? Ah, Marco, ey. Ähm. Alter, alter, alter. Alter, alter. Bei mir war gerade Mega-Freeze. Das war, mein Gott. Du kannst ja, kannst ja schon mal sagen, äh, was da abgeht. Äh, das geht ab, alter. Jetzt sind da zwei blaue Punkte. So, hier rechts. Die sind, glaube ich, nicht gut. Nicht gut? Weiß nicht. So, jetzt ziehe ich mir erst mal den Helm aus. Wir haben bestimmt ein schönes Krach-Prom-Peng-Teil. Wo ist denn meine Lieblingswaffe eigentlich, die hier, ne? Ähm, die Polizei. Alter, was denn hier los? Entschuldigung, ich war es nicht. Wir müssen hier Sachen einsammeln, glaube ich. Alter. Scheiße, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet gerade. Autos, das Tuch. So, stopp. Oh, Zibi. Ich habe ein Zibi-Auto. Das ist gut. Ich komme mal raus. Ne, doch nicht. Geht nicht, schade. Ich dachte... Äh, du hast das Paket mal abgekommt? Ach, verdammt. Ein Paket, ja. Der nötchen. Amo läuft noch. Wo ist das andere? Wieso kann ich die Dinger nicht nehmen? Mal gucken. Ach, da hinten, ja, ja, ich sehe schon. Ähm, ich glaube, da fahren wir am besten mit Autos hinterher. Oder, also, ich laufe mal ein Stück, weil hier gerade ein bisschen Ruhe ist. Die schießen einfach auf mich. Da jetzt nicht lang. Oh, was haben wir denn hier schon mit? Oh, du doofst. Jawohl. Ah, okay. Jawohl. Ja, ich habe ein Auto davon. Hallo, mein Meister. Wollen wir mal ein bisschen ducken? Ach, schade. Ihr seht mich nicht. Ich müsste jetzt voll durchgehen. Au. Ich bin fast tot. Alter. Ich schaffe die Ware von... ...Lila. Ich schaffe die Ware von A nach B. Ach, ne. Ne, du musst woanders. Ach so. Ja. Hätte ich doch unten lang sollen, ne? Warte mal, ich kann ja mal gucken. Hier ist gerade ein bisschen Ruhe. Vielleicht kann ich die von hier oben irgendwie ausschalten, die da unten das Paket bewachen. Oh, was mache ich denn hier? Wo ist das, Leute? Okay. Ist egal. Ich glaube, ich kann so ein paar... Okay, ich habe das Paket. Das war einer. Hast du? Oh, ja. Super. Toll. Und ich kämpfe mich hier durch. Das muss ich bis irgendwie wegkommen. Na, ich schaue, das sieht hier die, die ich erwischen kann, wegballern. Das wollte ich nur nicht weg. Sie hat leider nicht alle. Ich baller die Leute hier weg. Was ist da noch? Hm. Hm, 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 hm. Sieht er hier auf, irgendwas? Nee. Der muss hier unten sein, ne? Ob er jetzt im Bullen war. Und Zeiger. Das ist okay. Ich fahr jetzt wie eine links hin. Warte, ich guck. Ich guck. Oh, ich will... Oh, ich will... Ich weiß kein Bullen, der in der Kripp ist. Au. Wo ist das jetzt gewesen? Ich bin jetzt hier auch unten, ähm, wo du grad warst. Oder bist. Oh, Leute. Mach die denn mit mir hier. Mal gucken. Kann ich das nehmen? Ich hoffe es, ich hoffe es, ich hoffe es. Verdammt. Abgeschlossen das Ding. Hast du? Äh, keine Ahnung. Oh, ich hab jetzt kein, äh, Dings, kein Ziel. Okay, ich hab's abgeschüttelt. Okay, die Ware in die Wüste bringen. Gut. Jetzt leichter als das. Oh, Junge. Fahr doch mal ein Auto, ey. Darf ich mal? Ja, ja. Tut mir leid, ich muss ja hier irgendwie ans Auto kommen, ne? Ach man, wo ist denn jetzt die Handbremse? Ich hab jetzt kein, kein Opfelspräßer. So angespannt? Also wir haben jetzt beide Pakete oder was? Jaja, wir haben wohl alle Pakete. Ich muss jetzt noch die Cops abschütteln, um dann, äh, die Ware irgendwie in die Wüste bringen. Wurde mir grad schon gesagt. Weil ich hab mich nicht im Wegpunkt, und deswegen... Hm, ja, dann gehst du dann oder fährst du dahin. Ich wollte. Müsste in der Wüste sein. J.B.D. Ich bin nicht der, den ihr sucht. Ihr irrt euch. Ja, die fahren heute, wie die hängt da, ja. Ja, äh, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Ist echt schlimm. Und wie kommt es mir so vor, als wenn das Motorrad langsam fährt? Motorrad? Ach so! Ach, Philipp ist jetzt hier vor mir. Fahrzeug. Fahrrad, diesen Polizeifahrzeug. Ja, Philipp auch, das wir... In dem Bus. Ja. Spät. Ich glaub, dass beim Pack 2 von GDM ein bisschen was falsch gelaufen ist. Wieso? Nein, weil alles irgendwie so komisch läuft hier bei uns. Ach so, weil der so ruckelt heute, meinst du? Ja. Ja, könnte natürlich sein. Das hat am neuen, äh, Update liegt. Das hat noch nicht ganz eingefuchst ist. Ja, bei dir wird's ja automatisch geladen. Die hat das schon gemacht bei, bei Steam, aber... Ja, ja, genau. Deswegen läuft's ja bei dir automatisch, weil du das über Steam hast. Wir kriegen ja unsere, ähm, halt, wenn wir uns anmelden. Bei GTA. Wir kriegen's direkt über einen Rockstar-Server. Rockstar! So, okay. Jetzt spinne ich die Sternchen los. Ich muss da oben lang. Wuuuuh. Ich fahr hier quer durch die Wüste. Cool. Das ist gut. Das ist doch Abkürzung. Bin jetzt am Clubhaus. Oder am, am, am Dings. Ach so, musst du da hingebracht werden? Ja. Ach ja, äh, ich hab nicht, aber... Am Flughafen, also gegenüber. Hier wo ich jetzt bin. Ja, ja. Sag doch. Ich seh das doch. Ich kenn euch doch alle. Äh, jetzt ist hier ein anderer Punkt. Kann er hier eigentlich? Ja, vielleicht musst du das, ähm... Ach da. zu mehreren sachen hinbringen zu mehreren standort noch nicht da bin deswegen natürlich bestanden okay und spontan sind die polizisten auch weg ja es hält erledigt super naja 28.000 rang erhöht sehr schön wird schon habe 43 aber gesagt